so hallo willkommen zurück wir wollen gerne die korrektheit der resolution verstehen ich hatte ihnen ja beim letzten mal den resolutionsalgorithmus gezeigt hier ist er noch mal mit dem wir logische konsequenzen berechnen wollen und in diesem kurzen video möchte ich ihnen zunächst einmal wenigstens erklären warum die konsequenzen die wir damit berechnen korrekt sind also nicht falsch wenn er also und sagt etwas ist eine logische konsequenz oder besser gesagt wenn er sagt eine formel ist unerfüllbar darauf führen wird das ja zurück dann sollte das auch besser stimmen ja wir wollen dass wenigstens diese ausgabe nicht falsch ist und das möchte ich mal zeigen wie kriegen wir das hin ganz allgemein ist das was wir uns am ende wünschen über nicht nur dieses video hinweg sondern auch noch einige weitere den resolutionssatz zu zeigen der hier steht sei f eine prädikaten logische formel und k i größer gleich null die vom resolutionsalgorithmus ermittelten klauselmengen also das sind diese mengen die immer größer werden und immer das enthalten was bis dahin da war plus einiges mehr dann sind die folgenden beiden aussagen äquivalent erste aussage f ist unerfüllbar zweite aussage es gibt ein l größer gleich null so dass die leere klausel in kl enthalten ist also mit anderen worten die leere klausel wird irgendwann abgeleitet und das ist ein starker satz und sie sehen auch schon dieser satz ist stärker als das was ich gerade am anfang als die für dieses video formuliert habe er sagt nämlich nicht nur dass immer dann wenn f unerfüllbar pardon immer dann wenn die leere klausel abgeleitet wird auch wirklich f unerfüllbar ist also dass die ausgabe des algorithmus der ja dann in dem fall zurückliefern würde unerfüllbar dass diese ausgabe stimmt sondern der satz sagt umgekehrt auch aus wenn die formel unerfüllbar ist dann wird der algorithmus diese ausgabe auch produzieren das ist die vollständigkeit ja immer wenn das die eigenschaft gilt dann findet der algorithmus sieht das nennt man vollständigkeit und umgekehrt immer wenn der algorithmus etwas findet dann ist es auch tatsächlich da oder ist tatsächlich war diese aussage das ist die korrektheit und die wollen wir zuerst zeigen weil die ein bisschen leichter ist und nicht so viel technisches hilfswerk benötigt technische hilfswerk alles klar na gut sie wissen was ich meine also fangen wir an mit der korrektheit wir zeigen korrektheit einfach dadurch dass wir feststellen dass ein einzelner resolutions schritt korrekt ist nach das ist eine allgemeine technik die man häufig verwendet wenn man beim algorithmus hat ja immer wieder den gleichen schritt wurde die gleiche art von schritten anwendet man zeigt einfach dass jeder einzelne schritt nicht zu fehlern führt und schlussfolgert dann per induktion dass auch endlich viele hintereinander ausgeführte schritte keine fehler produzieren können das ist also eine induktion die ich nicht explizit hier hinschreibe sondern wir wissen schon wie sowas funktioniert ja also man könnte das als induktion aufschreiben aber man kann es auch einfach feststellen gut wir unterscheiden klauseln k und formeln die ich notiere als für alle k das sind die das ist der satz für den eine klausel steht das hatte ich schon bei meinem beispiel im letzten video immer so erklärt wenn ich erklärt hatte wofür steht eigentlich eine bestimmte klausel dass man sich vorstellen muss alle variablen in dieser klausel sind all quantifiziert und die klausel selbst ist eine disjunktion und so kann man das lesen und dieser diese kurzschreibweise für alle k wenn keine klausel ist die soll stehen für eben diese logische formel also eine geschlossene logische formel mit ausreichend vielen all quantoren davor für jede variablen nämlich die in k vorkommt und mit disjunktionen anstatt kommas und ohne die mengensymbole und so weiter also eine richtige formel eben und in der darstellung die ich jetzt unter dem beweis den ich hier führe muss ich die ist es sinnvoll manchmal solche sätze zu verwenden und das schreibe ich dann kurz so nicht viel nicht viel schreibaufwand und trotzdem relativ gut lesbar gut wir hatten bereits erkannt dass varianten von klauseln deren logische konsequenzen sind ja also wenn ich etwas umbenennt nennen was gebunden ist und dabei einen neuen namen verwende dann ist das logisch das genau gleiche wie zuvor das heißt in der notation des algorithmus könnte ich sagen der satz für alle k 1 hat als logische konsequenz den satz für alle k 1 strich wenn das hier eine variante sind für k 2 genauso und ja also das varianten bilden ist eine logische konsequenz was man dann abgesehen von varianten bildung bilden natürlich noch macht ist ein resolutions schritt anzuwenden also eine resolvente zu erzeugen und die korrektheit dieses schrittes die müssen wir noch zeigen okay gut was wollen wir genau damit erreichen gegeben ist sind jetzt zwei klauseln k 1 in ganz allgemeiner form wieder mit so einer liste von atomen a 1 bis an und einer liste von literalen l1 bis lk die wir erhalten werden in der resolvente und k 2 eine klausel mit einer liste von negierten atomen oder ja negierten atom literalen die also negiert sind nicht a 1 strich bis nicht am strich und eine weitere liste von zusätzlichen literalen aus der zweiten klausel 1 strich bis l l strich ok und diese beiden klauseln habe ich ich habe außerdem einen allgemeinsten unifikator sigma für die atome a 1 bis am strich und dann erhalte ich eine resolvente k die sich darstellt als die restlichen literale mit der mit dem unifikator darauf angewendet ok gut so funktioniert resolution syntaktisch und was wir jetzt als korrektheit zeigen wollen ist dass das was hier abgeleitet wird eine logische konsequenz ist aus dem was am anfang stand also wenn die beiden klauseln k 1 und k 2 war sind dann muss auch jeweils k war sein um so etwas zu zeigen eine logische konsequenz muss ich zeigen dass jedes modell der klauseln auch ein modell der resolvente ist das ist das was logische konsequenz bedeutet und das heißt ich betrachte mal eine beliebige interpretation die ein modell für die beiden klauseln ist das heißt ich nehme an hier ist eine beliebige interpretation und hat ist modell von für alle k 1 und für alle k 2 also jetzt hier benutze ich die sätze für die diese mengen hier stehen die formen die geschlossenen wenn das gilt dann gilt insbesondere auch ist ein modell für für alle k 1 sigma und für alle k 2 sigma also hier in klammern k 2 sigma und k 1 sigma das sind jeweils die klauseln die ich erhalte wenn ich sigma anwende auf die ganze klausel einschließlich da ist und warum ist das erlaubt na es steht in klammern erklärt die substitution konkretisiert eine aussage ja also wenn ich mit substitutionen arbeite dann bedeutet es ja einfach dass ich einen konkreten term an die stelle schreibe an der vorher eine allquantifizierte variable stand und dass wenn ich also eine aussage habe die für alle werte galt also für alle domain element egal dann gilt sie sicherlich auch für diesen term den ich hier neu einsetzen das ist im prinzip die idee ein paar kleine technische details könnte man sich jetzt noch eben noch genauer überlegen wenn jetzt also sieht man zum beispiel eine neue variable hier ins spiel bringt die vorher nicht aufgetreten ist dann ist natürlich die notation die ich habe auch eine die allquantifiziert über diese neue variable aber auch das macht nichts aus ja also wenn sie das jetzt gerade verwirrt hat dann denken sie nicht weiter darüber nach und nehmen sie hin dass es dass es funktioniert wenn nicht dann wollen sie vielleicht noch ein bisschen genauer aus sich das mal kurz überlegen warum das gilt ich denke es ist doch ganz intuitiv okay gut aber die die grobe intuition von weitem ist klar wenn ich eine alle aussage habe und das allquantifizierte element durch etwas bestimmtes ersetze dann gilt die aussage immer noch wenn sie vorher galt für alle dann gilt sie auch für das spezielle ding und ich wurde die spezielle form von dingen wenn ich jetzt in school im term habe die die ich da jetzt einsetze okay das ist also mein start und jetzt muss möchte ich das was ich hier geschrieben habe weiter zerlegen also ich sage es gilt für für die interpretation dass sie diese sätze wahr macht und das sind die konjunktion von allquantifizierten aussagen beinhaltet und das kann ich auflösen indem ich die allquantoren entferne und stattdessen eine zuweisung verwende und ja sie wissen allgemein wenn wir ein allquantor für alle x hatten dann heißt das immer das ist für jede mögliche zuweisung für x gelten muss was dahinter steht das hatten wir meistens konkret so geschrieben mit einer zuweisung für x auf dem domain element delta jetzt haben wir hier ein allquantor wo wir nicht so richtig wissen wie viele variablen der quantifiziert aber trotzdem können wir das sehr elegant schreiben weil wir nämlich sagen kann können einfach es gilt für alle möglichen zuweisungen z für alle zuweisungen vielleicht sollte ich sagen die alle variablen die allen variablen die hier vorkommen in diesen klauseln einen wert verpassen aber dass das können wir hier annehmen also diese zuweisungen sollen alle variablen auf irgendetwas abbilden und für alle zuweisungen gilt das also es ist völlig beliebig was ich abbilden oder wie ich wie ich abbilden und alle diese zuweisungen müssen jetzt also mit ihm zusammen die beiden mit der substitution bearbeiteten klauseln erfüllen und wenn ich das wenn ich von hier nach hier gehe dann möchte ich mir das vielleicht auch weiterhin als disjunktion als formel vorstellen und nicht als menge weil das sonst syntaktisch ein bisschen seltsam wäre aber sie wissen was hier gemeint ist ja es ist die disjunktion von literal okay das heißt also anstatt für alle belegungen für ein bestimmtes x oder y hier etwas zu sagen sage ich einfach für alle belegungen aller variablen muss das gilt und das ist sicherlich eine konsequenz aus diesen aller aussagen okay jetzt gibt es zwei fälle die ich betrachten muss das ist im prinzip die fallunterscheidung nach dem wahrheitswert von diesem atom a beziehungsweise a' nach unifikation ja sie wissen ja all diese atome werden durch sigma auf die auf das gleiche abgebildet das heißt also a1 sigma ist das gleiche wie a2 sigma und das ist auch das gleiche wie a1' sigma und das ist das gleiche wie a m' sigma das ist die voraussetzung die wir an sigma stellen sigma macht alle diese atome gleich und zwar die und die positiven wie auch die negativen okay das heißt es handelt sich hier nur um ein einziges atom es sieht immer ganz schreiben wie ich will aber es ist genau ein spezifisches atom und für diese zuweisungen gibt es also jetzt zwei möglichkeiten erste möglichkeit die interpretation macht dieses atom war dieses substituierte gleichgemachte unifizierte atom wird war was bedeutet das das bedeutet insbesondere dass die zweite klausel eine disjunktion ist wenn ich sie die die zweite klausel mit dem sigma darauf angewendet ist eine disjunktion von einer menge von dingen die allesamt auf falsch abgebildet werden und einer menge von anderen dingen weil ich weiß dass diese a1 strich bis a m strich die alle auf das gleiche abgebildet werden die sind wahr das heißt die negation davon ist falsch das heißt also dieser vordere teil ist komplett falsch das heißt wenn die klase k2 gelten soll und das ist ja unsere voraussetzung wir sagen ja ihr erfüllt das dann muss die mit z zusammen die restklausel erfüllen ja also es muss l1 strich oder punkt 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 oder l l strich gelten jeweils mit der substitution darauf angewendet ja also diese eines dieser substituierten literale muss gelten denn wenn die auch alle nicht gelten würden und gleichzeitig die a's die negierten a's nicht gelten dann wäre k2 insgesamt nicht nicht erfüllt und das widerspricht unserer annahme dass i modell ist für die beiden klase ok also das heißt in diesem fall wissen wir diese klase müssen gelten und das heißt insbesondere würde dann aber i z auch k erfüllen weil k ist ja eine disjunktion in der auch all diese l strichs vorkommen und wenn irgendeines davon erfüllt wird dann wird auch die größere disjunktion wo noch mehr literale drinstehen erfüllt okay also in fall 1 gilt i comma z ist hat als konsequenz k oder erfüllt k ist modell von k fall 2 sie können sich denken ist der fall in dem die atome nicht erfüllt werden das heißt also jetzt sind die a's in der ersten klausel falsch das heißt damit die erste klausel wahr wird müssen irgendwelche literale die noch übrig sind wahr werden jeweils mit der substitution darauf angewendet das heißt wir wissen jetzt l1 oder l2 oder lk wird irgendwie war und auch in diesem fall ist klar dass i und z gemeinsam k erfüllt weil k eben auch diese dinge enthält ist auch eine abschwächung dieser form okay das heißt also egal welcher dieser beiden fälle und es kann offenbar keinen dritten geben eintritt in jedem fall erfüllt i und z k okay das hatten wir jetzt für alle zuweisungen gemacht also wir wissen jetzt für jede zuweisung z gilt diese zuweisung mit i zusammen für jede zuweisung z für i gilt das i und z k erfüllt unter der initialen annahme das i ein modell für die beiden klausel war okay wenn aber das für alle zuweisungen z gilt dann können wir diesen trick den wir hier angewendet haben dass wir von der all aussage zu alle zuweisungen gegangen sind wieder rückgängig machen und wieder zur all aussage zurückkehren und also feststellen i hat als konsequenz für alle k das ist der dritte oder der letzte anstrich hier und damit endet dieser unter dieser unter dieses unter argument hier wir hatten also eine beliebige interpretation i gewählt und angenommen dass sie die klauseln k1 und k2 erfüllt und dann daraus geschlussfolgert dass diese interpretation dann auch die resolvente k erfüllen muss und da wir das für beliebige interpretationen gemacht haben wissen wir also dass alle interpretationen die modelle für k1 und k2 sind auch modelle für k sind und das kann man so schreiben aus der konjunktion von diesen beiden sätzen für alle k1 für alle k2 folgt für alle k okay mit anderen worten jede resolvente ist logische konsequenz der resolvierten klausel und das ist das was wir zeigen wollten als korrektheit und das ist das was ich eigentlich beim beispiel schon jeweils so suggeriert habe als ich erklärt habe wie wir die resolventen interpretieren die idee ist dass jeder resolutions schritt eine logische konsequenz jetzt darf man nicht denken dass man auf die art alle logischen konsequenzen berechnen kann die resolution ist so wie wäre sie hier dargestellt haben kein wie man sagt generierendes kalkül also es geht hier nicht darum logische konsequenzen zu erzeugen sondern es ist ein widerlegendes kalkül das heißt wir wollen einen widerspruch erzeugen das heißt was ich hier sage ist erstmal nur alle resolventen sind logische konsequenzen sie sind also logisch logische schlussfolgerung von dem mit dem wir begonnen haben ich behaupte aber nicht dass alle logischen konsequenzen so entstehen können wichtig wird am ende sein dass der widerspruch so entstehen kann wenn er überhaupt entsteht okay aber die sache mit der logischen konsequenz ist auf jeden fall eine gute sache denn damit bekommen wir offenbar die korrektheit denn wenn alle dinge ja wenn in jedem schritt nur dinge entstehen die logische konsequenzen sind und in irgendeinem schritt die leere klausel entsteht dann wissen wir auch die logische klappen die leere klausel ist letztlich eine logische konsequenz und wenn die leere klausel eine logische konsequenz der formel f ist dann ist f unerfüllbar denn das sind die einzigen formeln die einen widerspruch als konsequenz haben das sind die unerfüllbar okay gut und damit haben wir also eine richtung dieses resolutionssatzes gezeigt wenn der klausel dann unerfüllbar vollständigkeit hatte ich schon erklärt ist die umkehrung davon das heißt jeder widerspruch wird irgendwann gefunden und das ist nicht so offensichtlich ja das ist etwas wo man nicht einfach sagen kann ja die schritte sind gute schritte für sich genommen denn natürlich je weniger schritte ich mache oder je schwächer mein resolutionsverfahren ist je weniger man damit ableiten kann desto desto sicherer ist es dass das was abgeleitet wird noch korrekt ist aber das aber damit habe ich noch lange nicht gezeigt dass es vollständig ist also vollständigkeit ist in gewisser weise eine eigenschaft bei der wir wollen dass möglichst viel abgeleitet wird nämlich zumindest immer die lehrer klausel wenn sie folgt wohingegen korrektheit eine eigenschaft ist wo wir uns wünschen dass möglichst wenig abgeleitet würde also im extremsten fall ein algorithmus der niemals die lehrer klausel ableitet der würde natürlich immer direkt die korrektheit erfüllen ja also weil in allen fällen in denen die lehrer klausel kommt in allen in allen null fällen würde es also falsch impliziert alles okay also das heißt für die vollständigkeit ist die herausforderung zu argumentieren dass es genügend ableitungen gibt und wie man das schafft da brauchen wir noch ein paar mehr techniken und müssen den kleinen abstecher machen zu einer person die auch in der freizeit leider muss man sagen gerne mal auf berge gestiegen ist das im nächsten video bis dahin tschüss und auf wiedersehen